Hallo und herzlich Willkommen zu diesem neuen Format, das noch keinen sehr spezifischen Namen hat. Momentan heißt das Löffels Atelier. I don't know yet. We don't know. Löffel tut Dinge. I do things and if you want to, you can do as well. Das Ganze ist so ein bisschen gedacht als dieses klassische, also das ist momentan so mein Gedankengang. Das ist ein bisschen wie der Morgenkaffee seinen Anfang genommen hat. So dieses sehr unkoordinierte, wir machen jetzt einfach irgendwas. Let's see where it goes. Und heute machen wir so ein bisschen Christmassy Edition. Es schneit ja auch in meinem Stream. Ich dachte, wir machen einfach so ein bisschen das Winter, die Winterversion von meinem neuen Streamlayout. Weil, wie man sieht, haben wir das letzte Mal Pose ein bisschen überarbeitet von Before. There is no magic. Oh, vielleicht, oh, ja, jetzt habe ich ja hier das geballte Wissen des Internets vor mir zu meiner Verfügung. Yes. Liegt mir zu meinen Fingerspitzen. Ich weiß, ich zögere es nur hinaus. Ich habe mir überlegt, für meinen Schatz zu Nikolaus eine riesengroße Teetasse zu besorgen. Jetzt suche ich aber schon seit Tagen irgendwo eine gut aussehende große Teetasse. Ich habe bisher noch keine gefunden. Was heißt groß? Also, was reden wir hier? Fünf Liter? Nee, fünf Liter nicht. Ich glaube, das ist schwierig mit Maintenance und so. Ach du, wo ein Wille ist. Ja, das stimmt. Da bräuchten wir dann vielleicht irgendwann einen Wasserkocher, der das verarbeiten kann. Warte, warte, mit Henkel. Ja, also, große, große, große Teetasse halt. Ich weiß nicht, ich habe so mal geschaut. Das ist ja schon, groß gilt ja irgendwie bei den Verkäufern heutzutage schon bei 350 Milliliter, da habe ich gelacht. Ja, aber so mindestens einen halben Liter sollte das schon passen. Oh, genau, das habe ich ganz vergessen zu sagen, die heute die lieben Gastwörter sind. Das ist einmal Chris vom Dicellot PNP und Feder, die momentan noch ein bisschen still ist. Hello. Sonst. Ist Feder noch drin? Yes. Aber kommt wahrscheinlich nicht wieder. Wenn ich mich mute, Oh, I'm sorry. Ja. Dann hört man mich nicht. Yes. Ja, ist richtig. Eine Erkenntnis, der man auch erstmal gewahr werden muss. Es werden Fragen gestellt im Chat, Chris. Badewanne mit Henkel, oder? Wie gesagt, so einen halben Liter sollte es schon sein. Also halbe Liter Tasse und was für ein Stil, fragt ja Mera. Dann kann der Chat ja mal geballt werden. Das ist schwierig. Also ich hätte gerne was, was schlichtes, was ich mir mal herausgesucht hatte und das gibt es jetzt leider nicht mehr. War aber auch nur 400 Milliliter. Ich suche es euch mal ganz kurz raus. Das war nämlich das Ding, ich, Geld kam, ich ging sofort auf Amazon und dachte mir, jetzt bestellst du schnell das Geschenk für meinen Schatz, bevor Geld weg ist. Aber am Arsch, da gab es das nicht mehr. Aber das ist natürlich doof. Oder halt dann für Preise, die dann... Ich habe eine Regenbogentasse gefunden, die ist ja sehr gay hier. Auch nice, wenn sie groß genug ist. Da habe ich auch eine entdeckt, aber die gab es auch nicht mehr. Passungsvermögen der Tasse, 568 Milliliter. Ja, nice, nice, nice. Klingt schon mal gut. We're getting close. Die ist auch handbepinselt. Ich höre das mal in die Recording-Booth. Das war die, die ich gesehen hatte, weil das ist auch mit diesem Deckel und mit Porzellansieb und übelst geil. Und die eigentlich in dunkelgrün. Gibt es nicht mehr, gibt es nicht mehr. Die ist weg. Seitdem ich den Willen... Ja genau, seitdem ich die Möglichkeit habe, das zu bestellen, ist es leider nicht mehr vorhanden. Auf der Welt. Ist das nicht immer so ein bisschen so? Es ist immer so ein gezieltes Mobbing. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Oh, Raven ist auch da. Hello. Oh, long time no see indeed. Was, wo, was? Raven. 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 Excitement und all das. People. Ich sollte vielleicht mal anfangen zu malen und nicht hier nur rumsitzen und Tassen googeln. Es gibt Lego-Tassen. Ja. Da habe ich schon wieder Dinge getan. Ich sage es mal so, wenn du irgendwie eine handgetöpferte Tasse verschenken willst, dann könnte ich dir einen Töpfer empfehlen. Da müsstest du aber einen Gutschein verschenken, weil die produzieren das wieder im Januar. Aber die machen echt geilen Scheiß. Ich habe da mal einen Humpen in Auftrag gegeben, einem Kumpel von mir, für seinen Pen-and-Paper-Charakter. Im zwergischen Stil, mit einem Ork-Zahn-Altenkel. Ja. Großartig sah das Teil aus. Das ist natürlich schwer cool. So was ist immer nice. Ich kann auch immer sagen, jetzt... Da muss man aber dann halt jetzt einen Gutschein verschenken, weil wie gesagt, die produzieren erst wieder ab Januar. Das ist natürlich schön, dass du wieder da bist, Raven. Das freut uns. Welcome back on this side of the planet. Wo bin ich überhaupt? Farben. Das freut uns tatsächlich alle. Sehr. Richtige Farbe, richtige Ebene, wunderschön. Ich bin gerade für Kontext... Ich bin gerade dabei... Das letzte Mal, ich dabei war, ich bin dabei, mein Streamlayout zu überarbeiten, beziehungsweise neu zu malen, weil mich da ein paar Sachen total angekotzt haben. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen... so die Rough Sketches, so ein bisschen die Outlines nachziehen. Wir haben das letzte Mal ein bisschen die Pose überarbeitet. Also ich habe die originale Pose natürlich als Base genommen, aber so sieht es eigentlich aus. Und jetzt haben wir halt die Füße ein bisschen schöner angeordnet und ein bisschen andere Handpose. Das haben wir letztes Mal gemacht. Ich habe den TV-Head noch ein bisschen weiter gesketcht, glaube ich, das seit dem letzten Mal und so ein bisschen angefangen, die Würfel zu outline. Da sind wir gerade. Und wir machen heute wahrscheinlich die Winter-Version oder sketchen wenigstens von der Winter-Version, wie das ungefähr aussehen soll. Ich denke, momentan Stiefel und ein dicker Parker mit Schal. Maybe? Wie will ich das? E-Koll aus Mützer. Oh ja, stimmt. Ich könnte hier oben so... E-Koll aus Mützer! Ich könnte hier oben so... Oder wenn du die Variation willst, die Rentier-Händler ist mit Glöckchen. Statt den... Statt den... Statt den Antennen. Ja, genau. Oder die sind da einfach so drangebunden. Da kommt man schön wollen. Laut. Aber die Weihnachtsmann-Mützen haben wir uns jetzt auch besorgt beim letzten Einkauf. Mein Freund meines gleich, die kann ich für Stream benutzen. Das war sein erster Einfall. Also aufsieht. Kommt in der Winter-Version noch ein Yeti in den Hintergrund? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht so als so ein großer Schatten irgendwo im Hintergrund. So ein... Und dann einfach nur so mit so zwei Augen. Dass ihn so anstarrt. So creepy. Also so dann... Mit Fell. Obviously. Also irgendwie sowas. Und dann einfach nur so... Who knows? We will see. Ich finde, bei der Winter-Version müsste aber bei der Tasse auch noch irgendwie so zwei Marshmallows sein. Oh ja, stimmt. Und oben wahrscheinlich so Sahne und sowas. Ja, genau. Ich wollte das ein bisschen alternieren lassen. Was dann schwebt... Wahrscheinlich wird es im Sommer wird es dann eher so ein Cold Brew-eskes Getränk oder ein Kaffee-Latte oder sowas. Im Frühling normaler Kaffee. Im Herbst mal gucken. Und dann im Winter sowas halt. So dachte ich dann auch. So mit so Cinnamon-Sticks rausstecken und so. Dieses... The very classic. Yes. Weil ich halt dachte, es wäre ganz cool irgendwie... Ich hatte erst die vollkommen insane Idee, zwölf verschiedene Varianten zu machen, aber war ich so... Nein. No. Just no. Stopp. Da wäre mir ja allein schon das ständige Wechseln. Würde mir ja schon auf den Nerv gehen. Ich meine, es ist natürlich schön, weil dann hast du immer so ein bisschen neu. Gleichzeitig ist natürlich auch... Kurz YouTube-Speech. Brand Recognition. Immer eine ganz gute Sache. Das fällt mir an, ich habe gar keinen Weihnachts-Avatar. Baue ich mir jetzt auch ein Zeug auf und bastle nebenbei an meinem Weihnachts-Avatar. Do it. Do it. Früher... Also ich müsste meinen Fuchs wahrscheinlich in den Schneefuchs verwandeln und dem auch eine Mütze aufsetzen oder so. Ja. Das klingt doch wie ein Plan. Früher hatten wir das ganz einfach. Da hatten wir noch den Affen und da haben wir dem einfach eine Weihnachts-Mann-Mütze drauf gephotoshoppt. Das habe ich sonst auch immer gemacht. Aber ich dachte... Heute ist das etwas schwieriger. Ja, das ist wahr. Obwohl man könnte natürlich theoretisch zum Beispiel bei dem Banner oben so dieses klassische, diese Girlanden aus grüben Geblätter so hinmachen und sowas. Also gehen täte das tatsächlich. Man könnte einen Hut einfach rot machen. Ja, es ginge sehr viel. Es ginge sehr viel. Es ginge. Aber ich wollte eigentlich, was ich gerade nebenher machen wollte, war mal bei Etsy mal Muck eingeben. Und mal gucken, was es da so gibt in Germany. Das nicht. Das habe ich eben schon gemacht. Das ist ein Rabbit Hole. Ja. Ja. Ich weiß. Ich war da eben schon drauf, weil ich ein Wichtelgeschenk gesucht habe für eine Freundin von mir. Hallo. Ich habe Tiara gegoogelt. Zwei Stunden später. Das ist pretty. Das ist eine pretty Muck. Was? Das sind so viele, die sehr hübsch sind. Ja, das ist immer der Struggle. Ich kann ja mal kurz einblenden. Das ist die Muck, die ich gerade Chris vor die Füße geworfen habe. Ja, 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 ja. Die habe ich auch gerade gesehen. Aber da muss man wieder gucken wegen der Größe, dass das... Und das sieht aus wie ein Pott. Oh, da gibt es sogar eine passende Teekanne zu. Pretty. Ich habe mir jetzt vor allem eine neue, wo ich sehr wenig Alkohol trinke. Ich kaufe mir andauernden Tassen. Zur puren Panik aller Leute, die mich kennen. Obwohl die letzten Monate war ich sehr vorbildlich. Da habe ich mir tatsächlich keine neue gekauft. Ich habe mir nur ein paar neue Teller und so geholt. Als jemand mit einer Tassensammlung unterstütze ich das. Mehr Tassen. Mehr Tassen. Always Mucks. Always Mucks. Ja, ich habe so eine Aufhängung bei meiner Teeküche, wo ich vier Tassen aufhängen kann. Und ich habe jetzt mir eine neue... Wie nennt man da... So eine Art recycelte Bar für meine Teeküche geholt. Und weil ich aber keinen Wein trinke, kann ich auf die Weingläserhalterung nicht mehr Tassen hängen, weil ich habe ein Problem. Ja, wir wollen unseren... Wir haben ja einen Barschrank unter die Küche gestellt und den wollte ich ja dann noch so richtig... Also, momentan ist es noch kein Barschrank. Also, abgesehen davon, dass der Inhalt Alkohol ist. Aber es fehlen noch so ein paar Sachen. Zum Beispiel eben solche Glashalter und so eine... So eine Tassenhalter. Aber da kam ich auch noch nicht dazu, das zu machen. Ja, ich habe halt dieses... Ja, ich habe halt eben dieses... Weil ich wenig Alkohol trinke, habe ich halt sehr lange damit gehadert, mir sowas anzuschaffen. Aber das Ding ist halt, ich habe halt eben auch andere Getränke, die ich von Leuten ranhole und so, ne? Ja. Und dann dachte ich, ach joa, äh, warte, ich kann die ja mal eben... Also, es ist jetzt natürlich nicht aus meiner Bude, aber, äh... Ey! Darf ich das Bild auch mal haben? Danke. Nein. Nein! Not today! Äh... Die habe ich mir geholt. Die ist recycelt aus einem Traktor. Die ist sehr cool, finde ich. Ja, 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 die habe ich gesehen noch bei der langen Suche. Und sowas für diese Aufhängungen oben, das fehlt mir halt noch. Weil das brauche ich in Kupfer und das ist, ähm, ne, so ein Kupferton. Ja, ja, das ist... Das ist schwierig zu finden. Ja, und ich habe halt eine Version von dieser Bar, da ist das unten so ein bisschen, also da ist der, der, dieser Motoranteil, das ist übrigens ein Regal, also das kann man vorne aufmachen, da kann man Flaschen reinstellen. Ähm, und die Lampen funktionieren, which is so useless, I kind of love it. Ähm... Die Lampen funktionieren, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Äh, mich auch. Ich, die so... Sollen wir denn mal die Lampen testen, bevor sie sie mitnehmen? Ich so, da sind Lampen dran. Und die so, naja, vorne die Traktorlampen. Ich so, warum bloß? Äh, wofür? Ähm... Haben sie doch warum gefragt? Die haben gesagt, ähm... Hat mich nur angeguckt und hat halt gesagt, naja, fragen sie den Designer. Ich so, okay. Ich find das gut. Ich auch. Ich find das super. Die haben mal, also die recyceln halt generell relativ viel. Ähm, und, äh, ich hatte früher auch von denen nen 1,60er Bett aus recycelten Teacols und so, sowas machen die. Und, äh, die Sachen sind sehr nice. Ich hab von denen ganz viele Regale und, äh, irgendwie mein TV-Schrank, mein Couchtisch und mehrere Bücherregale von denen. Da fülle ich schon immer die Tasse an. Entschuldigung. Alles Gute. Mehr Tassen. Uh, ja, die hab ich auch schon mal gesehen. Die ist sehr cool. Ja. Sehr geil. Das Design gibt's auch als T-Shirt und als Pulli, das hab ich schon mehrfach... Das glaube ich. Ich glaube, das hat mal irgendeiner geklaut und das gibt's inzwischen in jedem Shop. Hahaha. Ja, ganz sicher. Ja, und was die zum Beispiel auch machen, was ich sehr cool finde, also die, die, die Couches sind, by the way, mega unbequem, aber, äh, ich find einfach nur die Idee supergeil, oder? Warte. Äh. Auch aus alten Traktoren? Nee, ähm, warte, warte, warte. Die machen, ähm, Couches aus Autos, was relativ cool ist. Ja, ihr habt, ihr habt ja schon ein Bild. Und, äh, ja, ich mag die Sachen von denen, wie gesagt, sehr gerne. Es ist sehr fun. Leider ist diese Couch sehr unbequem. Ansonsten hätte ich die Übels Fanny gefunden, aber, äh, also das ist halt so eine, für so ein fancy Wartezimmer oder so ist die cool, aber halt nicht zum drauf chillen. Vor allem nicht, wenn man zwei Hunde hat und beide relativ groß sind. So Orte, wo man nicht lange die Leute sitzen haben möchte. Ja, oder wo du halt so, weißt du, so, wo du nicht so doof gesagt zu bequem sitzen willst, weißt du, so dieses, wo du eher wach bleiben willst und nicht so langsam da reinsinken und versumpfen. Es ist sehr unkuschlich, Amira, ja. Wie gesagt, das ist so eine klassische, so, weißt du, wenn ich ein Tätowierer wäre, dann wäre das eine von den Couches, die ich eventuell vorne im Wartebereich hätte. So ein Tätowierer sehe ich das. Oder so ein sehr fancy Barbier. Ja, sowas, ne, also dafür ist es voll geil, aber für zu Hause, äh, vielleicht als, na, dafür ist es ein bisschen zu teuer, aber vielleicht so dieses, weißt du, wenn man einen größeren, ausläufenden Flur hat, um sich da drauf zu setzen, zum Schuhe anziehen oder einfach nur kurz zum Warten auf jemanden oder so, aber halt nicht zum lange Sitzen. Das ist generell mein Struggle, weil ich habe ja auch einen Spieletisch und ich suche momentan nach guten Stühlen. Das ist so ein Struggle, den ich momentan habe. Und eigentlich müsste ich auch meine Couch ersetzen, aber woher Geld nehmen und nicht stehlen. Ja, wem sagst du das? Aber ich habe, ich habe tatsächlich, also ich bin ja momentan wieder, wieder Azubi, könnte man sagen. Mhm. Und ich habe tatsächlich Weihnachtsgeld gekriegt. Nice. Hätte ich ja nicht erwartet. Das ist das Qual. Hätte ich ja nicht erwartet. Und tatsächlich, äh, das sind, ich sag's mal so offen, 400 Euro gewesen. Oh, nice. Das ist solide. Fand ich, fand ich gut. Das ist sehr solide. Und mein, mein, mein Schatz, er hat von Mythen und Hörensagen, zu hören bekommen, ja, dass er womöglich auch Weihnachtsgeld kriegt. Und dann freuen wir uns alle. Oh, so mal. Wenn dem so wäre. Oh, so mal. Wir haben noch so ein, zwei Sachen, wo wir sagen, das ist doch ganz dringend. So eine Dunstabzugsaube in der Küche zum Beispiel. Und wir kochen ja gerne. Ja, das ist, das kann ich nachführen. Und es ist, gestern ist wieder der, ne, der Feuermelder im Flur losgegangen. Der Rauchmelder. Das eine, was ich mir unbedingt noch wiederholen will, weil die recyceln halt eben auch, ne, altes Holz und so, ne, und so, so alte Regale und sowas. Und was ich eigentlich unbedingt noch haben, wieder, wieder haben will, sollte ich betonen, ist dieses Regal. Das haben sie jetzt wieder im Stock. Ähm. Warte. One second. Ja, hübsch. Auch mal eben für die, für die lieben Zuschauer, worüber ich hier gerade rede. Ähm. Weil das hat meine Ex mitgenommen und ich hätte das gern wieder. Weil. Das ist echt cool. Ja. Das ist übelst pretty. Das fände ich halt voll geil, ähm, für meine Küche. So für Teeboi, so, 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 so verschiedene Tees und, äh, Besteck eventuell und was nicht alles. Oder für mein Atelier. Okay. Beides wäre so passend. I don't know it. Aber ja. Es wird gefragt, was das für ein Laden ist. Ähm. Der heißt Fischers Lagerhaus. Die, äh, machen halt so ganz viel, also ganz viel Recycling, ähm, so aus, oh ich, verschiedene Länder. Ähm. Die machen halt ganz viel Holzrecycling und, äh, so asiatisches und, und indisches. Und, oh, lass mich lügen. Ganz, also aus ganz vielen unterschiedlichen Gegenden. Und, äh, ja, ich hab sehr viel von deren Möbeln, weil ich die einfach mag. Die sind halt schon ein bisschen auf der teureren Seite, die meisten von den Sachen. Das coole ist, in deren Lagerhäusern, also die, die haben auch Shops, da haben die häufig so eine Auktionsecke, wo die Sachen halt, ne, das sind dann so Auslaufmodelle, wo vielleicht irgendwie ein Kratzer drauf ist und dann verkaufen die die irgendwie für 50% des Preises oder so. Also das heißt, ich mach da auch öfter mal so einen Schnapp. Naja. Die haben vieles, vieles cooles Zeug an Wohnmaterial. Weil ich bin halt langsam so gerade dabei, äh, meine Ikea-Möbel langsam gegen ein bisschen hübschere Sachen auszutauschen. So über die Jahre hinweg. Nichts gegen Ikea-Möbel. Ne, ich mag Ikea-Möbel, aber das ist... Wenn man die so ein bisschen, so ein bisschen individualisiert, können die sehr hübsch sein. Ja, nein. Die sind total hübsch, die sind aber nicht das, was ich in meiner Bude haben will, aktuell. Also da bewege ich mich, ich bewege mich grad so ein bisschen von dem Stil weg, den Ikea hat. So, so, eher so, so ein bisschen so was so Vintage-Industrial. Und da passen manche Ikea-Sachen rein, aber die meisten eher nicht. So in das, was ich so im, was, was ich haben will. Und deswegen ersetze ich die Sachen jetzt halt so langsam und verkauf halt die Möbel an Freunde. Weißt du? Weil, warum sollte ich ein gutes Billiregal, keine Ahnung, auf den Spärmüll packen? Hm, 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 jaaa. Wenn du noch was über hast, sag Bescheid. Naja, ich hab zum Beispiel, also wahrscheinlich, das eine werde ich auf jeden Fall verkaufen, aber dieses klassische große Billiregal halt in diesem dunklen Nussholz, das die haben, was man eigentlich nur online bestellen kann. Bedauerlich. Zum Beispiel. Nee, danke. Ja, ich hab halt nichts, also die ganzen weißen Sachen und so hab ich halt irgendwann mal gekickt. Und sowas. Das war nicht so meins. Jaja, bei uns ist ja gerade halt viel mit Grau und Weiß. Das Problem wäre vor allem, wie kriegen wir das vom Westen in den Osten? Ich hab auch mal wieder Geburtstag. Ich hab aber keinen Fahrer mehr, du. Ah, ja, ja, ja. Mir fehlt der Pfarrer. Der Pfarrer. Ich mach jetzt gerade mal eben die komisch, die groben Sketch-Nachziehungen sozusagen von dem von den Würfellinien, wie ich die hab. Ich spiel momentan mit dem Gedanken, ich hab so ein Brush-Set gesehen auf so einer Website, das ist so ein bisschen so gritty Cartoon-Tones und sowas. Und da überlege ich momentan, ob ich mir das eventuell hole, um, also so, das sind dann so diese, diese Raster-Dots und so diesen ganzen Kram. solche Sachen und so ein bisschen gröbere Brushes, ob ich das damit outlinen will. Ich grüße den Schrank aus der Wohnung meiner Uro-Oma übernommen, unfassbar öfters Teil, uralt, 60er, 70er Jahre, aber immer noch im super Zustand. Und ja, manchmal findest du echte Schätze. Ich ärgere mich bis heute. Ich war einmal in einem Secondhand-Möbelladen hier in Münster und hab da eine komplette Stuhl-Garnitur gesehen für irgendwie 150 Euro mit irgendwie sechs Stühlen. Und das waren so richtig so, ja, antik, aber halt so dieses, weißt du, wenn du keine Ahnung hast, wie du Holz wieder aufbereitest, sind die für einen Arsch. Aber die waren halt eine super Base, die hättest du halt nur abschleifen und sozusagen entweder neu ölen oder lackieren oder wachsen müssen. Und dann wären die übelst geil gewesen. Und ich hab aber zu lange gezögert und dann hat ein Schreiner die gekauft, weil der genau dasselbe gesehen hat wie ich. Und war dann sofort so, jipp. Und als ich halt wiederkam, um sie dann mir zu sichern, waren sie schon weg. Da ärgere ich mich bis heute drüber. Weil das wären jetzt meine, dann meine Spieletischstühle, weil da struggle ich momentan mit. Ich hab so ein weirdes Sammelsurium an Stühlen und ein paar davon sind nicht so bequem für so lange Gaming-Sessions. Und ich suche momentan nach so diesen, nach dieser richtigen Kombo aus, ist bequem, aber du pennst nicht drauf ein, wenn du da zu lange drauf sitzt. Weißt du, ich will keine Sessel. Ich will Stühle, wo man auch mal fünf Stunden drauf sitzen kann und halt Brettspiele spielen. Oder pen and paper. Und das hab ich, das ist grad der Struggle. Der Struggle ist real. Da ärgere ich mich bis heute drüber, dass ich mir die hab durch die Lappen gehen lassen. Das sind jetzt sowas ist natürlich schon mal feierlich. Ja, so pretty. Aber dann hat's nicht sollen sein. Du hast mich auch gerade auf die Idee gebracht, mal bei Ikea zu gucken. Wegen der Sachen, ich hab da ja irgendwie noch für, weiß ich nicht, 1000 Euro oder so, Sachen auf meinem Werkzettel, die wir noch brauchen. und unter anderem der, der, der Schrank für den Flur, der Flurschrank. Ja. Und da dachte ich, na guckst du mal nach und dann seh ich nur, nicht verfügbar für Lieferungen an 0,3, 1,2, bla, 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 unsere Postleitzahl. Und darunter dann derzeit nicht vorrätig in Berlin-Waltersdorf. Überprüfe andere Standorte und dann kann die andere Standorte überprüfen und gucke so durch. Nicht auf Lager, nicht auf Lager, nicht auf Lager, nicht auf Lager, nicht auf Lager. Der nächste, der auf Lager ist, ist in Siegen. Woher the fuck ist Siegen? Es ist bei mir. Let's a bit far, yes. Kann ich mir vorstellen. Ich google Maps das mal kurz. In der AW, hat sie schon erledigt, danke. Ja, das ist die einzigen Sachen, die ich von Ikea, glaube ich, auf lange Zeit behalten will. Also ich habe halt noch das Freehaven so vor. Das ist ganz okay, aber das gibt halt langsam den Geist auf. Das habe ich halt schon irgendwie seit acht Jahren oder so. Das ist jetzt so langsam an dem Punkt, wo man so sagen kann, ja, okay. Es ist langsam ein bisschen durchgesessen. Und ich suche halt momentan nach einem guten Ersatz. Das Ding ist halt, ich brauche eine Couch, die ungefähr dieselben Dimensionen hat, aber ich will nicht noch einen Freehaven, weil ich finde, das ist okay, aber ich hasse den Unterschied zwischen dem Reklamier und dem normalen Couch, so von der Sitzqualität, weil das Reklamier ist übelst bequem und der Rest ist kacke. Halt die Hauptsitzfläche ist halt viel zu nachgiebig. Also da sitzt er halt, sobald die Federn ein bisschen nachgegeben haben, sitzt er halt viel zu tief und da kriegen viele von, gerade meine, 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 my old people friends, also so ziemlich alle über 30 meckern dann sofort über Rücken. My old people friends, alle über 30. Ja, ganz ehrlich. Mein Rücken. Ganz ehrlich. Ich hatte das jetzt schon. Ich bin auch 30. Ich bin da auch so. Deswegen sitze ich immer auf dem Reklamierteil. Nein, aber es ist halt, einfach, man merkt halt, die Couch ist durch. Und ich will halt nicht nochmal einen Freehaven und ich suche aber eins mit den selben Dimensionen, das halt auch eine Eckcouch ist und halt eben eigentlich dieselben Dimensionen hat. Das kann minimal größer oder kleiner sein, aber ich will halt ungefähr die Größe und so eine ähnliche Farbe. Ich habe halt das Dunkelbraune, weil das gut in meine Bude passt. Und ich suche halt relativ, also die Couch ist tatsächlich das nächste, was ich wahrscheinlich ersetze. Das ist momentan der Plan. Weil das letzte Teure, was ich mir gekauft habe, war eine teure Matratze. Und das war wohl investiert. Mein Rücken und die Firma dankt. Was habe ich da eigentlich gemacht? Manchmal frage ich mich so... Eigentlich... Ich muss mir meinen D20 angucken. Das ist wieder so ein Moment, wo ich mir so denke, was hat sich der Künstler dabei gedacht? Als er es gemalt hat. Lustig, den selben Moment habe ich auch gerade. Wenn man sich sein altes Artwork anguckt und nur denkt, was hattest du gesoffen, als er das gemalt hat, sag mal, Freund. Bei mir ist es jetzt gerade eher so, ich habe ja diesen diesen Buntglasfenster-Stil bei mir. Im Logo. Und ich habe gerade so so zwei, zwei Dinge, so nach dem Motto. Zum einen, warum zur Hölle machst du das eigentlich in diesem Buntglasfenster-Stil? Der Regret. Und zum zweiten, hast du mittlerweile dir nicht genügend Füchse angesehen, damit du weißt, wie die aufgebaut sind? Scheinbar nicht. Das ist manchmal so. Das ist im Nachhinein halt, wenn man nach ein paar Jahren zu einem Artwork zurückkommt und sich nur so denkt, was hattest du damals eigentlich gesoffen? Was war, oder was war der Plan? Ich habe das jetzt gesehen. Bye, bye, Yamera. Ich wollte gerade sagen, dass wir der ungemütliche Teil des Abends waren. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Yamera. Mach es dir bequem. So. Ich weiß ja, wie mein Logo entstanden ist. Unter Panik, nein. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ich habe damals einfach zwei Elemente verbunden, die damals aktuell waren. Und zwar, also eigentlich drei Elemente. Also zum einen halt das Buntglasfenster-Motiv. Weil I'm a sucker vor Buntglas. Ist ja auch pretty. It's so pretty. Ist vielleicht auch ein Grund, warum meine Wechselball-Kampagne einfach mit Buntglasfenster und Buntglasfenstermachern vollgestopft ist. Ich meine, ich meine, ich wollte gerade sagen, ich meine, Changeling, The Dreaming, hat ja auch so eine Buntglas-Optik zuzunehmen. Ich weiß. Und dann war damals die Geschichte meines Lab-Charakters halt total aktuell. Deswegen ist da der neuen zackige Stern in Anführungszeiten im Hintergrund. Der ja kein wirklicher Stern ist, sondern so ein Stink. Ja, und halt die Feder aus meinem Blick. Und dann habe ich das Ding ja überarbeitet vor, keine Ahnung wann, irgendwann halt. Äh. Und da ist dann der Fuchs mit reingekommen, weil, obviously. Because Fox. Because Fox, genau. Ja, und, äh, jetzt will ich halt in die Mitte, da wo der D20 sitzt, einen Fuchs reinmachen und dem eine Weihnachtsmütze aufsetzen. Und jetzt sitze ich gerade davor wie zur Hölle, mache ich einen Fuchs im Buntlasfenster-Stil. Das ist doch nicht so real. Gibt nicht so viele Buntlasfenster, die Füchse beinhalten aus irgendwelchen Gründen. So. Was war dein? Was hat der Künstler sich dabei gedacht? Moment. Einfach nur die Geometrie von Würfeln. Ich hasse D20er ja zu malen. Ich finde, das ist einer der nervigsten Würfel, den zu malen. Alle anderen gehen. Der D20 ist einfach ein Arschloch. Der macht einfach geometrisch keinen Sinn. Ich meine, das sind nur Dreiecke. Aber trotzdem. Fuck them. Ich habe tatsächlich einen D20 einmal gemalt als Line Art und das ist jetzt mein Default D20. Der wird einfach nur noch gekopypanced, wenn ich einen brauche. Ganz ehrlich, ich habe das einmal gemacht für einen von den Nerdpol Roleplay Convention Flyern. Da habe ich einmal so eine Reihe von Würfeln praktisch gewecktor-lined. Halt von jeder Sorte. Und das sind die, die ich legit einfach immer wieder benutze. Ich cutte, ich nehme einfach immer nur den, den ich brauche und benutze die immer wieder. Und ich weiß nicht, was mich hier geritten hat, dass ich da so viele D20er gemalt habe. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, ob ich die damals, ich, habe ich die gepauscht? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin einfach wahnsinnig geworden, als ich das gesketcht habe. Ich glaube, ich war einfach so, ich male jetzt D20er, damit ich die lerne. Und ich regrette everything, weil jetzt muss ich die wieder machen. Ja, I feel you. I feel you. Leuchten, ich glaube, das war tatsächlich für viele so. Also ich glaube, viele haben über, über Franks Kampagne damals den, den Nerdball gefunden. Frank ist auch ein großartiger Spieleleiter. Als Spieler leider nicht so zuverlässig, deswegen ist ja damals Buffy dann nicht weitergegangen, which is very sad. Aber als Spieleleiter, also so vom Spielziel großartig. Hoch zu empfehlen. Die Reihe ist auch sehr schön. Even though I do not like the people in it, but that's like not up for discussion. Ich habe nicht gekriegt, nein. Das war hier im Hintergrund. Ja, ja, ja. Aber ja, der war halt einfach ein guter Storyteller. das ist halt der, der hatte so ne, so ne, so ne, oder hat auch immer noch, ich rede als ob er tot werde. Der macht nur keine Streets. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, äh, das ist halt einfach, ähm, der hatte so einen ganz spezifischen Stil, den ich sehr cool fand. Mhm. Ich fand auch das Konzept, das er da gefahren hat, mit dem er nimmt praktisch das Regelwerk komplett raus und macht das im Hintergrund. Sozusagen. Das fand ich damals, das hat dem Rollenspiel sehr zugute getan. Das ist ja tatsächlich das, was mich dazu auch inspiriert hat, ne Wechselbag-Kampagne genau in dem Stil zu machen, weil das, was mich bei Wechselbag immer abgeschreckt hat, war halt, äh, das System zu großen Teilen, weil es damals EC20 noch nicht gab. Ja. Und hab das quasi für meine dann übernommen, hab mein eigenes Homebrew draus gemacht und halt hauptsächlich auch auf Sets gewechselt und das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich fand das damals so inspirierend und habe das dann einfach übernommen. Ja, ich, ich, ich bin halt zwischendurch dann auch mal so, ich fand das ja zum Beispiel auch bei Soft sehr cool, weil da ist das ja im Endeffekt auch so, das hat Chris ja auch schon gelitten. Ähm, ich finde, da ist das halt auch so, weil da sind ja die Regeln, die eigentlich so existent sind in der Großteil davon laufen ja im Hintergrund, weil das meiste macht ja der, der GM im Endeffekt. Ja. Das ist ja alles sehr, also, oder ich sag mal, sehr viel von dem System ist ja versteckt im Hintergrund. Das kriegen ja, äh, die Spielis gar nicht so sehr mit. Ja. Im optimalen Bereich. Und ich muss gestehen, dass, das sorgt halt einfach dafür, dass die Leute sich mehr auf die Story konzentrieren, mehr auf das coole Play sozusagen. Ja, das stelle ich bei mir auch immer wieder fest. Also bei mir würfeln meine Spieler ja auch nicht. Ähm, und, äh, dadurch, dass ich halt das ganze Würfeln im Hintergrund mache, können die sich halt voll auf die Story konzentrieren. Und im Zweiten, wenn, wenn ich halt mir unsicher bin, so nach dem Motto, okay, wie, wie gehe ich jetzt zum Beispiel mit dem Regelwerk um, dann frage ich halt immer, wie, wie sehr willst du das gerade? Und dann kann ich anhand deren Aussagen halt quasi Pinpoint so nach dem Motto, okay, wie sehr will der Charakter das gerade schaffen? Wie sehr willst du das? Ja! Genau. Yes! Ja oder ja, ja. Die Wand drauf auf diese Frage, ja! Ja, ja, ja! Nein! Äh, Na, ich finde halt so, 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 fast so regellos gelöste Erzählspiele oder wo die Regeln halt, wie gesagt, total in den Hintergrund fallen, finde ich zum Beispiel zum Gucken, also wenn ich Livestreams selber schaue, ich habe ja auch so ein paar Pen & Paper Reihen, die ich schaue, die meisten davon sind Englisch, äh, und ich muss gestehen, die, die ich tatsächlich am meisten so binge-watche und so sind die, wo das Regelsystem mehr im Hintergrund ist. Also wo entweder alle die Regeln so gut kennen, dass es nicht mehr wirklich viel diskutiert werden muss und halt einfach gespielt wird oder die, wo die das halt aktiv rauscutten, muss ich tatsächlich sagen. Da bin ich zum Beispiel, ich muss es immer mal wieder sagen, weil ich jetzt letztens, äh, äh, wieder angefangen habe, es nochmal komplett von Anfang an durchzuschauen. Ähm, Thrilling Intent ist ein sehr schönes Beispiel. Die, äh, spielen am Anfang mit, oh Gott, ich glaube, die spielen am Anfang mit D&D 3.5, switchen dann, nee, mit Pathfinder und switchen dann später zu Dungeon Crawl Classics und sind jetzt bei Fate angekommen, was was komplett anderes ist. Die haben halt im Hintergrund immer wieder Systeme geswitcht, weil's, weil der Spielstil sich halt einfach verändert hat. Aber das merkst du während dem Zuschauen überhaupt nicht. Sehr spannend. Das ist halt sehr geil, weil die, ähm, benutzen zum Beispiel Battle Maps. Also die haben halt nicht nur Battle Maps nicht nur für Kämpfe, sondern die haben alles gemappt. Das ist praktisch wie eine Animated Series. Mhm. In so, äh, aber nicht in Roll20, sondern in, ähm, auch Gott, wie heißt denn das? Es gibt so ein anderes Ding noch, das so ähnlich ist. Ähm. Quarge irgendwas? Nee, das war noch davor. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Aber es ist so ähnlich. Das ist irgendwie auch so ein, halt so ein VTT. Ähm. Und das ist halt einfach super abgefahren, weil die haben auch einen sehr quirkigen Spielstil, also die sind sehr eigen. Äh. Ja, die Charaktere bleiben dieselben. Ähm. Es gab einen, einen Cast-Wechsel, weil eine, äh, Spielerin musste gehen. Äh, äh, Faye, die Ash gespielt hat, musste, musste wegen Private Life Shit, musste sich aus der Kampagne rausziehen. Sehr spät, also irgendwie nach 300 Folgen oder so. So. Es ist, es ist ein ganzes Stück drin. Ähm, aber zum Zeitpunkt gab es halt schon ein paar Gastcharaktere und davon sind halt jetzt zwei, glaube ich, äh, permanenter dazu gekommen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich bin gerade nicht ganz aktuell, weil sie sind jetzt bei Folge 403. It's fine. Fühlig. Und, äh, ich hab halt während wir an den Lab Props gearbeitet haben, haben ich und Pet halt die ersten irgendwie drei oder vier Story Arcs wieder zusammen geguckt und jetzt hab ich's wieder angefangen zu bingen, weil ich ein Problem hab. Ach, wo? Genau, wir haben die ersten eins, zwei, drei, vier, ich glaube, wir waren in der fünften Story Arc. Ja, wir waren in der fünften Story Arc, als wir aufgehört haben. es gibt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, und sie sind jetzt in der einundzwanzigsten Story Arc, weil sie sind in zehn. It's fine. Genau, sie sind jetzt gerade in End of Oath, was die, was die neueste Staffel, also wo die neueste Storyline hat sozusagen gerade erst angefangen, die ist jetzt sechs Folgen lang und die davor war irgendwie, boah, lass mich mal gucken. 26 Folgen? Aber die Folgen sind nicht übelst lang, also die sind nicht irgendwie drei Stunden, sondern jede Folge sind so um die zwischen so 15 und 30 Minuten. Das geht ja voll. Genau, die cutten halt ihre, also die machen, wenn ich das richtig verstanden habe, spielen die immer so vier Stunden Sessions und cutten die halt in so sinnvolle Pieces sozusagen, also gucken halt, wo man einen guten Cut machen kann und die grobe Regel, der grobe Leitfaden ist so zwischen 15 und 30 Minuten. Es gibt einzelne Folgen, die ein bisschen länger sind. Es gibt auch ein paar One-Shots, die sie zwischendurch geleitet haben und sie haben auch zwei andere Streamereien, äh, nicht Streamereien, zwei Videoreien, laufen. Vergotten Indigo und Windrose Everlasting. Aber die sind nicht so regelmäßig, Thrilling Intent kommt halt jede Woche. Und das hat Animations und Artwork, weil die insane sind. It's fine. Aber ja. Das fände ich immer so cool, wenn man da das Budget hat. Ja. Die, äh, na, die haben halt ne unique, die haben den unique geilen, die unique geile Sache. Sie hatten in ihrem Team halt einen richtig guten GM, einer der Spieler ist ein Artist und ein Animator, einer der Spieler ist ein Musiker und einer ist ein Sounddesigner. Jawohl, Jackpot! Ja, die haben ein voll animiertes Opening. Das ist kein Job. Und komplette, und komplette Cutscenes. Das ist übelst. Der Night ist real. Also die haben literally so Anime-Sakuga-Cutscenes. Weil die insane sind. Nicht häufig, aber die haben irgendwie, ich glaube, es gibt inzwischen irgendwie zwei Stunden animated Videomaterial von denen. Ist der Wahnsinn! Übelst fun! Und die machen halt auch so ganz viele so Kleinanimationen, weißt du, wo einfach nur, die haben halt so komplettes Bodyart von den Charakteren in mehreren Posen. Also zum Beispiel so Sachen, wo die einfach quer über den Bildschirm flippen und irgendwelche, halt so irgendwelche Joke-Animationen. Das ist großartig. Es ist übelst fancy und übelst cartoony-goofig. Also es hat so was von so einem Saturday-Morning-Cartoon but D&D. It's fucking insane. It's great. Sehr, sehr cool. Kann ich sehr empfehlen. Wenn man Englisch versteht, definitiv. Ein Ding. Und sie haben halt nur ganz selten, haben sie mal ganz am Anfang, also die ersten Folgen sind natürlich genauso wie jede Streamreihe total stockend und so ein bisschen awkward. weil die das noch nicht können so richtig. Aber desto weiter sie halt reinkommen, desto funnier wird's eigentlich nur. Und ich bin heller jealous von dem Spielleiter, weil ich kann tatsächlich von den Streams von Thrilling Intent weggucken und ich weiß zu jeder Zeit, welcher NPC redet. Weil er so unique Charakterstimmen hat. Das ist super. Das ist also die wiederkehrenden Charaktere alleine am Tonfall weißt du sofort, wer spricht. Und er muss seine Stimme nicht mal krass verstellen. Ich weiß nicht genau, wie er das macht. Er hatte einfach so die perfekte Kombo aus so Charakterton und so leichten Dialekt und sowas. Und es reicht halt einfach, dass wenn du halt wegguckst, du weißt wirklich immer, wer spricht, selbst wenn die sich miteinander unterhalten, die NPCs. Insanity. Ich habe die Würfel grob nachgezogen, damit ich weiß, wo was ist. Sie machen keinen Sinn, viele davon. Manche sehen sogar ganz okay aus. Wahrscheinlich werde ich sie zwischendurch überarbeiten. Einfach nur damit, also nochmal neu malen. Einfach nur damit mein Gehirn nicht ausrastet. Ach, das ist so unhalt. Ich muss die mal eben... Ich habe einen Fuchs. Ich mache sie color. Ich glaube, das ist angenehmer für meine Augen. Gehen aber eben kurz die Farben. Ich hoffe nur damit ich keine Nervenzusammenbruch kriege. So. Now we can see it better. Whee! Genau. Wo hatte ich denn die ursprüngliche Kante? Die würde ich nämlich da auch nochmal mit reinziehen. Aber tatsächlich man glaubt vielleicht manchmal gar nicht, wie schnell so die Zeit vergeht und wie sich so Folgen sammeln. Das geht auch echt schnell. Also wenn du erstmal sowas laufen hast, gerade wenn du halt mit dieser Vorlage zum Beispiel gehst und die halt eben auch zusammenschneidest. Also so nicht einfach sechs Stunden Streams hochlädst, sondern halt oder Videos hochlädst, sondern die ein bisschen cuttest und editierst. Ich weiß gar nicht, bei wie viel seid ihr jetzt bei der neuen Pass-Fender-Runde? Das sind doch auch schon irgendwie 30 oder so, ne? Um den Dreh rum. Na was online ist, sind wir jetzt bei Folge 28. Und ich glaube, das sind noch zwei, drei, die das Abenteuer jetzt gibt. Und ihr seid ja schon ein paar Abenteuereien, wenn ich das spreche. Ein paar Abenteuer? Ja, wir sind, das ist, warte mal, warte mal, warte mal. Also nur so von dem, was ich so durch die, durch die, durch die, durch die, also ich habe hier allein noch an Rohmaterial. Das zeigt er mir nicht an, wie lange das geht, ne? Ich zeige mal Eigenschaften. Schade, sagt er mir nicht. So. Jetzt kann ich das unsichtbar machen und jetzt fangen wir an mit Klamotten-Sketchen. The worst. Jetzt kommen wir hier nach oben. So, dann machen wir daraus mal eine Grubbe. Aber sagen wir mal, ich habe hier noch 40 Dateien. Was ja meistens so zwei Folgen sind. In der Pipeline. Zusätzlich zu denen, die ja schon da sind. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das alle sind, ob er die richtig sortiert hat. Ich kann mal kurz in das neue Bereich kommen. So. Ich muss mal eben was auf Pinterest nachgucken. Referenzen, Leute. Immer wenn ihr malt, Referenzen. Hm. Use your references, friends. It will help you. Weil. Ich habe irgendwo ein sehr cooles, wo jemand so die Physik von Schals erklärt hat, was ich sehr schön finde. Es hat mir sehr geholfen beim Schalsmalen. Ich will mal eben kurz gucken, ob ich das... Ich habe tatsächlich mehrere Pinnwände. Eine davon heißt Zeichnen. und die hat so viele Unterordner. Also, Hände, Kopf, Pose, Expression, Füße, Körper, alles. Hier ist mein Problem. Alles von der Referenzbilder. Ich habe ein A-Treff, ein A-Treff-Board auf Pinterest. Das Problem ist, es hat keine Unterordner. Deswegen habe ich das mit Unterordnern angelegt, sonst würde ich da nichts wieder finden. Ja, ich muss irgendwann meinen sauren Apfel beißen und anfangen, die zu sortieren. Ich schrei gerade ein bisschen intern, weil ich da durchscrolle und mir nur so denke, warum hast du diese Sachen gespeichert? Das ist bestimmt ein Grund. Irgendwann mal. Ich habe gerade kurz schockiert, weil mir haben Folgen gefehlt und ich sage, hä, das ist doch nicht die letzte Folge von irgendwann Mai diesen Jahres? Kann ja irgendwie nicht sein. Nee, ich habe hier noch einen Ordner. Es sind insgesamt 66 Files, die hier noch rumdippeln und darauf warten, verarbeitet zu werden. Sag ich ja. Ihr habt genug, das ist halt, wenn man dann aber so ein Backup, so ein Katalog hat, dann ist es halt auch mal nicht schlimm, wenn mal ein paar Runden ausfallen, weil dann hast du keinen Content-Up. Ja, ich muss bloß hinterherkommen mit dem Schneiden, weil da sitze ich ja dann immer alleine bei. Und da dann die Motivation, ja. Ja, es ist ja, es braucht halt auch lange, du musst halt dieses ganze Material mindestens einmal ja noch mal durchgucken. Ja. Das heißt, du brauchst ja noch mal so lange zum Schneiden mindestens, wie du zum Aufnehmen gebraucht hast. Gerade wenn man dann auch so ein bisschen zum Beispiel Sound-Editing betreibt oder so, weißt du, irgendwie guckt, okay, die Stimme ist ein bisschen leise, da hast du schnell mal die doppelte Zeit von dem, was da halt an Futures. Deswegen finde ich es eigentlich ganz geil, das habe ich jetzt bei mehreren Runden schon gehört, dass die sich die, ähm, das sozusagen teilen, also das dann immer die, die editieren können, wo dann immer, weißt du, einer immer für eine Folge verantwortlich ist, ne, und danach dann für die nächste Folge ein anderer, damit es keinen, äh, keinen, keinen Burnout gibt. Genau, was Raven sagt, so, use your references, du wirst einfach, du wirst einfach automatisch besser, weil du nicht versuchen musst, alles in deinem Kopf zu conjuren. Das ist vollkommen unnütz, außer dann machst du dann so viele Fehler. Look at things. You're drawing things, so look at them, please. Use your eyes. Use your eyes, please. Use your eyes. So, äh, genau, ich wollte gerne so, weil das ja so winterig ist, würde ich ihm, glaube ich, gerne so ein bisschen so hohe Stiefel geben, weißt du, wo die Hose so oben drinsteckt, so dieses klassische, so, it is cold and I do not want my pants to get wet. You know? Mhm. I think that works. Ich glaube, irgendwie so 10 Loch oder 14 Loch, so Stiefel, so ein bisschen, so, so Punkabootz, da muss ich mir mal eben kurz eine Referenz für holen, weil ich hasse Schuhe. With a passion. Ah, da ist auch meine Schallreferenz. Haha, I found it. Also erstmal 10.000 Schuh- und Pants-References aufmachen und dann erstmal direkt mehr Referenzen finden, die man in den viel zu großen Orden reinspeichern kann, weil man kein Problem hat. Welcome to hell. Pinterest ist einfach nur so ein Abyss. Äh. Wie saßt du mir hier? What the fuck? Okay, das hast du mir wenigstens vernünftig aufgemacht. Ich wollte gerade meckern. Da ist meine Schallreferenz und da ist meine Schuhreferenz. Wuhu. Okay. Das sind 8 Loch. Das ist okay. Hey, Shadow. Bis dann, Leuchtstern. Ich werde auch nicht mehr so lange machen. Ich muss gleich noch zu Abend essen und ich muss noch mit einem meiner Hunde raus. Er ist wunders. Sagen wir mal bis irgendwie hier. So, dass die so ein bisschen... Die sind relativ... gerade und dann hier so diesen... klassischen Dings und dann hat man... die ist hier relativ gerade runter eigentlich. nicht so Schuhe. Und dann... Oh. Ach nee, ich hatte sie ja ein bisschen dreidimensional gezeichnet. Aber das machen wir eben. Korrektur. Das ist irgendwo eher hier. Ich kam gerade auf die Idee, ich kann ja jetzt mal im Hintergrund so ein bisschen weiter cutten. Mhm. Und es fängt so an und ich denke mir, wieso kommt dir das so bekannt vor? Also, als hätte ich das vor kurzem schon mal getattet. Hast du es schon mal getattet? Das ist dann ja die... Ich glaube nicht. Ich habe gerade in die letzte Folge reingeschaut. Die ist anders. Die endet da, wo das jetzt hier anfängt. Das passt schon. Naja, du hast es ja auch gespielt. Also, das kann natürlich auch einfach Player Dejavu sein. dann ist ja da... Geht das so? Und dann so. Und dann hast du hier die... Das Ding ist... Die sind eigentlich relativ gerade. Da ist sich ein bisschen... Mhm. Das Ding ist... 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 Musik Jetzt noch ein bisschen an der dreidimensionale Tilt. Da ist zum Beispiel hier jede Sonne hier. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist ein neun Buch, das ist fein. Dann hat man hier noch diese ganz harte Kante. So. Und dann. Da ist eigentlich noch so ein bisschen vorne gekippt. So. Dann kommt noch die Sohle. So. Oh. Oh. Da mungkin noch so ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war so... Das war so... Das war so... Tschüss! Tschüss! So... Oh... Chris ist gerade verschwunden, weil Chris' Internet ausgefallen ist. Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Ich würde aber auch so ungefähr in 10 Minuten Schluss machen, weil ich gleich noch... Wie gesagt noch mal mit dem Hund raus muss, um noch was zu essen. Oh nein! We're making very short progress, because I got distracted by mugs and clothing. Aber das ist fine. Ah, das ist okay, Chris. Wir machen eh nur noch 10 Minuten. Also du kannst gerne wieder reinkommen. Aber so lange ist es nicht mehr. Tatsächlich. Wofür hast du schon gesehen? We have announced the new... The new dates for harvest days. Natürlich habe ich das schon gesehen. Wunderschön. Und mein... Mein dummes Lizard-Brain hat gesagt, wenn sie das Lab oft genug abhalten, habe ich ein Fett für jeden Charakter, den es dann gibt. Weißt du wie viele... Wie viele Jahre wir das runnen müssen? Ja? Ich sag ja mein dummes Lizard-Brain. Nicht mein schlaues Brain. Da müssen wir es jedes Jahr... Oh Gott, da müssen wir für jetzt noch, also mit 22 mit eingerechnet, müssen wir es dann noch... 28 mal laufen lassen. Wenn du auf beide Runs gehst jedes Mal. Lizard-Brain. Ich mag Chris wieder ziehen. One second. Welcome back. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich mich nochmal anmelde. Allerdings habe ich noch nie einen Lab zweimal gespielt. Das wäre also eine Erfahrung. Keine Ahnung. Der Vorteil... Also ich kann dir sagen, als jemand, der ein Lab schon... Also der dasselbe Lab schon öfter gespielt hat in verschiedenen Rollen, es ist jedes Mal anders. Es ist einfach... Ja, das glaube ich. Weil es ist zum Beispiel... Weil ich kann es ja auch sagen, weil ich war ja auf beiden Runs als Organizer. Ähm... Es ist ja Wahnsinn, wie unterschiedlich die waren von der Story her auch. Die sich abgespielt hat über die Runs. Das ist halt... Weil einfach die Charaktere nicht gleich sind. Mhm. Ich getter auch voll, wenn Leute sagen, ich kann es nur einmal spielen und dann nie wieder. Aber... Am Ende des Tages, gerade bei One-Shot-Labs, ist es halt einfach so. Es ist jedes Mal komplett neu. Weil die Leute... Selbst wenn dieselben Leute wiederkommen, weil die spielen dann ja eigentlich nicht den selben Charakter. Also wir planen nicht, Leute in derselben Rolle nochmal zu casten. Mhm. Selbst wenn sie wiederkommen und den Charakter sich nochmal wünschen würden. Ähm... Einfach weil... Wir einmal anderen Leuten die Chance geben wollen. Außerdem werden wir die Charaktere ja eh nochmal überarbeiten und auch den Mainplot. Das heißt, auch der Mainplot wird vielleicht ein bisschen anders sein nochmal das nächste Mal. Mhm. Weil... Fehler ausbügeln und so. Ja, ich bin auf jeden Fall versucht, mich nochmal anzumelden. Mhm. Ähm... Einfach nur, um tatsächlich auch eine andere Perspektive zu spielen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich mich nochmal für Foundling anmelden würde. Mhm. Anders denn. Ähm... Einfach weil ich die Seite kenne. Mhm. Und da ja jetzt auch schon quasi Erfahrung gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob ich mir zutraue, dass ich das... Äh... Dass ich das trenne. Trennen kann. Naja, das kann ich sehen. Dass ich nicht versuche, dasselbe wieder abzuziehen. Ähm... Das kann ich... Das kann ich definitiv nachvollziehen. Das äh... Ist manchmal... Schwierig wieder zu trennen. Also... Aber es könnte natürlich auch sehr interessant sein, weißt du, ähm... die andere Seite dann zu spielen. Ja. Ich meine... Ich glaube, selbst wenn ich ein Foundling bekommen würde, ich glaube, ich würde dann dieses Mal total auf die, äh... Beat-me-up-Schiene gehen. Und sagen, okay, pass auf, ich... Beim letzten Mal habe ich in Anführungszeichen gewonnen. Es gab ja nicht wirklich was zu gewinnen. Äh... Aber dieses Mal halt so richtig, äh... Äh... Ja... Quasi versumpfen. Ich meine, if you wanna get wrecked in that way, dann wären... Also bei den Foundling wäre dann natürlich Jamo oder Keller. Ja, ja. Die beiden... Ja, ja, ja. Genau. Dass man quasi so ein Jamo macht. Die flying high and... Falling very low. Äh... Robin hat da definitiv auch... Äh... Eine Menge Potenzial für, wenn du... Die... An den falschen Stellen die falschen Spiele... Äh... Spielst. Aber Robin traue ich mir nicht zu. Robin ist auch ein sehr... Challenger... Challengender Charakter. Ich muss auch sagen... Noah war einfach ein großartiger... Großartig... Großartig als Robin. Das ist einfach... Das... Also ich mochte beide Robins. Aber Noah war so das, was ich im Kopf hatte, als ich den Charakter geschrieben habe. Da haben wir auch schon gesagt, wir hatten dasselbe Lizard-Brain. Ja. Bei diesem Charakter. Es war sehr... Wir waren sehr ähnlich. Ja, das... Äh... Robin traue ich mir nicht zu. Ähm... Ich hatte ja schon meine Probleme mit... Mit Vanya, tatsächlich. Äh... Einfach, weil ich ein... Genau, da hatten wir noch nicht einmal drüber geredet. Ich erinnere mich. Absolut gechillter Mensch bin. Und... Meinen Ärger zu finden, das war ja definitiv eine Challenge auf diesem Jahr. Meine Wut zu finden. Äh... Ich habe es geschafft. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe meine Wut gefunden. Aber... Ich wollte gerade sagen, du hast einen super Job damit aber gemacht. Aber... Robin ist immer eine ganz andere Hausnummer. Das... Äh... Hm. Ich meine, es wäre natürlich eine Challenge. Always up for the Challenge. Aber... I don't know. Aber hm. Panic. Ja, das ist natürlich... Also ich gette das. Ich glaube, ich würde es... Also wenn ich es jemals spielen könnte, sage ich jetzt mal so... Dann würde ich glaube ich unglaublich gerne... Wer wären meine Favorites? Von den Foundlingen hätte ich einige, die ich gerne mal spielen würde. Ich hätte übelst Bock auf Vanya. Ich hätte auch übelst Bock auf Robin. Weil die beiden sehr so... Halt so in meine Ecke spielen. So von Charakteren. Ähm... Oh, wer noch? Das sind noch so Disaster Children, die ich gerne spielen würde. Ich hätte unglaublich Spaß, glaube ich, an Lindworm. So ein richtiger Nerd. So diese... Ich hätte tatsächlich Bock auf Zahn gehabt. Auf wen? Auf Sandman. Oh, Sandman. Ja, sehr viele mochten Sandman. Das war sehr interesting für uns so zuzugucken einfach. Welche Charaktere so sehr beliebt waren und so. Ich glaube, ich könnte sehr viel... Ich kann sehr gut, ähm... Grief spielen. Also so Trauer. Und so... Gerade auch Trauerwut. Ich glaube, ich könnte einen sehr guten Valemon. Ja. Dich könnte ich mir tatsächlich unglaublich gut als Valemon vorstellen. Ja. Ich würde den wahrscheinlich ähnlich spielen wie Jeppe. Also auf dem zweiten Run. Also dieses... Diese pure Rage und so, ne? Also dieses, äh... Halt eben dieses... Not handling your grief well, I guess. Wo es... Das war halt echt so, ich hab den geschrieben und war echt sad danach. Ich war so, you poor son of a bitch. You poor son... Mein Gott. Dich hat's auch echt geschunden, Freund. Das hab ich mir aber bei einigen gedacht. Ja. Wir haben so ein paar Disaster-Children. Ja. Auf wen hätte ich noch Bock? Oh. Boah. Also wenn ich... Wenn ich nochmal Fountain... Würde ich mich wahrscheinlich... Äh... Entweder für Krabat, Jarmon oder Hella bewerben. Mhm. Krabat ist auch fun. Meine Pix... Ähm... Auch irgendwo... Bock. Aber Phoenix ist zu sehr... Da... Äh... Äh... Einfach Mist... Und alles anzünden. Ich glaube, ich glaube dann... Dann würde der Harvest Dance wirklich brennen. Weil ich einfach... Einfach alles anzünden würde, was mir in die Finger bekommt. Äh... Ich überlege gerade. Ich glaube am meisten strugglen würde ich mit denen sehr so Royalty-Charakteren. Ich glaube das wären die, mit denen ich am meisten... Also so... So strugglen würde. Also viele von den honored. Ähm... Ich hätte tatsächlich... Ähm... Ich weiß nicht. Also... Oberon wäre... Eine Pick-Möglichkeit für mich. Oberon ist cool. Also ich hab den Charakter geschrieben. Einfach nur so auszuprobieren. Also... Also ich... Ich spiele normalerweise keine Anführer. Keine Lieder in irgendeiner Art und Weise. Aber... Wie gesagt. Ich bin... For the challenge. I could. I could and I would. I would, ja. Ähm... Ja, wie gesagt. Bei mir wäre es glaube ich... Ich hätte glaube ich auch voll Bock auf Isegrim. Und dann so richtig in den Industrialism mich reinlehnen. Mit den richtigen Leuten... Das ist eine sehr große Betonung. Mit den richtigen Leuten hätte ich eventuell auch Bock auf Gwydion. Weil Gwydion ist sehr so... Ähm... So dieses Abuser trying to redeem. Und ich finde das ein sehr cooles Ding. Aber da müsste ich das mit Leuten spielen, die ich kenne. Gwydion... War das auch eine Beziehung von Bunyan? Äh... Ich glaube nicht. Das ist eine Beziehung von Robin und Bledewith primär. Ja. Und... Ich... Ich liebe diesen Namen. Stimmt, stimmt. Es gibt Gwydion und es gibt Gwycklion. Äh... Gwych... Gwychion. Das ist das Problem mit den... Äh... Welch. Welch Names. Wir hatten auch am Anfang Bledin hieß am Anfang auch... Äh... Hieß auch noch so. Äh... Gwychie. Und dann waren wir so, wir können nicht drei haben, die so heißen. Das geht nicht. Dann haben wir mit Traurigen... Es war schon schwierig genug, die Beine aufeinander zu heißen. Ja, deswegen... Wir hatten ursprünglich drei davon. Wir hatten halt ursprünglich Gwydion, Gwychion und Quilhi. Und dann waren wir so, nein, das geht nicht. Wir müssen... Wir müssen wenigstens einen davon umnennen. Ähm... Wer wäre es denn noch? Ich hätte, glaube ich, voll Bock auf Gothel. Und dann so ein richtig manipulatives Arschloch spielen. So richtig full on in das Gaslighting rein. Das musst du halt mit jemandem spielen, den du kennst, glaube ich. Mhm. Oder du musst sehr viel kalibrieren, damit das halt nicht scheiße wird im Offgame. Ähm... Mhm. Aber das könnte ich mir voll gut vorstellen. Einfach nur so in die Richtung zu gehen. Ich glaube an... Unter den richtigen Umständen und wenn ich mich da Headspace mäßig richtig reinarbeite, hätte ich übelst Spaß an Taliesin oder Mabon. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Halt so dieser so, so, so richtig, ähm... So'n, so'n... Äh... Dionysus-Type Mabon. Halt so dieses übelst laid-back und dann am nächsten Morgen super dramatisch mit diesem Oh, my head is killing me! Und dann... Und dann so... Totales Melodrama. Und halt übel, so übelst die Drama-Queen. Halt... Immer nur mit diesem Woe-Is-Me. Mabon könnte ich sehen. Taliesin, wie gesagt, so der Poet halt. Das könnte ich auch durchaus sehen. Ähm... Es gibt so viele coole Charaktere. Ähm... That's my main problem. Peiko wär voll cute. Da würd ich einfach nur so'n großen, so'n großen Himbo-Idioten spielen. No malice. Only oops. Pett sagt nur Peiko oder Burks-Ra. Burks-Ra hätte ich auch voll Spaß dran. Müsste aber, again, mit den richtigen Leuten sein. Weil da bräuchte ich die... Daddy das richtige Jamo für. Und Daddy das richtige Bobbeting, damit das funktioniert. Das muss klicken. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich Jamo, du Burks-Ra. Oh, ja. Wen jeweils Bobbeting, lass mich von dir über den Platz kicken. Take football with me, come on! Do it! Als ich... Ähm... Lottas NPC... Oh, wie heißt er? Oh, wie hieß der... Wie hieß die Kackbratze? Ich hab's vergessen. Ähm... The Liar. The Liar. Ähm... Oh, mir fällt grad der Name nicht ein. Aber du weißt, wen ich meine. Ja, ich weiß, wen du meinst. Die Kackbratze. Ähm... Ja, ja. Ich bin ja einmal... Als Gothra bin ich ja um die Kiste von... Kotschei ins Spiel zu bringen. Bin ich ja einmal außen rumgekommen und dann so... Did you bury this trash under the waking tree? Und Lotta war nur so mit der Hand so... Oh, calm down. Das ist... Weil... Und hat dann nur gesagt... You sounded really angry. Genau, Toomb. Wie der Toomb Baumarkt. TWM geschrieben. Weil Wage is horrible. Ich hab dich gehört tatsächlich, als du das gesagt hast. Das war super. Ja, fluchte Kiste, ey. Das... Das funnigste, glaub ich. Ich glaub, die beste... Ähm... Der beste Moment auf dem Lab als Gothra. Ich hab den ja nicht viel gespielt, weil ich die größte Zeit Shadowplay gemacht hab. Ähm... Einer der lustigsten Momente war, glaub ich... Ähm... Da steh ich auf der... Auf der... Hier auf dieser... Auf dieser... Auf dieser Terrasse. Ähm... Und meckern gerade darüber, weil... Äh... Da gerade ist ein... Irgendwie Krieg gab. Zwischen... Ich weiß gar nicht mehr. Zwischen Araun... Hieu und Oberon, glaub ich. Da war irgendwie Drama. Mhm. Und mein Charakter hat halt... Dann nur so drüber gemeckert. Hat halt gesagt... Ah... So die... Diese Anführer-Bullshit, ne? So... Bei den Anziehen gibt's sowas nicht. Weil mein Charakter immer Teil der Anziehen war. Und die sind ja... Na, haben ja hier diesen... Ähm... Diesen... Diesen Rat stattdessen. Diesen Council. Die sind ja diplomatisch. Äh... Äh... Ne? Und dann... Und dann... In dem Moment fangen Bershra und Valemon... Die Mitglieder der Anziehen. An sich zu streiten. Und übelst Stress zu machen. Und ich nur so... Perfekt. Da stand auch nur irgendwer neben mir und hat übelst gegiggelt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Und... Und dann bin ich nur so so weggegangen. So... Kindergarten. So... Child's Play. Und... Where the beans so childish. Und dann weg... So... Patzig weggegangen. Das war super. Ich glaube... Zwei Charaktere, auf die ich auch Bock hätten, wären einmal... Äh... Nat Mara. Oh ja, Nat Mara ist auch Fun. Ähm... Oder... Tatsächlich hier... Äh... Quagmire... Schlag mich tot. Äh... Ähm... Oh Gott. The Quagmire ist... Oh, Scheiße. Bolotnik. Genau. Bolotnik ist auch... Weil... Ich... Weil Bolotnik total Bock hätte, so was wie so ein Angela-Stisch-Kostüm zu basteln. Uh. Einfach halt mit so... So Glühwürmchen-Sumpf-Gedöns. Äh... Äh... Lockt... Leute in den Sumpf, um sie zu ertränken. Äh... Sowas halt. Da hätte ich total Bock drauf, so was zu bauen. Ja, äh... Mosekonen-The-Mist könnte ich auch noch sehen. Übelster Kiefer. Oh ja. Zusammen mit einem guten... Mit dem richtigen Marbon. Super. Perfekt. Hahaha. Ja. Es gibt sehr viele coole Charaktere. Ich freue mich auch sehr schon, Harvest-Disco zu schreiben. Es wird... Fun zu gucken, welche von den Charakteren sie überlebt haben und welche Form sie jetzt haben. Ja, bei uns, äh... Es schwirrt halt Firum so nach dem Motto, was ist aus den Charakteren geworden nach dem Harvest-Dance? Ja, das ist ja immer so, ne? So, so... Ja. Dieses, so, äh... Wo ist mein Charakter hin? Genau. Ja, bei mir war es eine ganz lange Zeit so, wo ich gesagt habe, keine Ahnung. Weil, ganz ehrlich, nachdem Yaga weg war, ist Yaga nicht weg. Verstehst du, was ich meine? Mhm, ja. Ja, ne? Also, äh... Also, zum einen ist es ja bei uns auf dem... auf dem Status geendet, dass Yaga, äh... den Teil, den Yaga noch hatte, in Vanya gestopft hat und gesagt hat, du bist neuer Heck. Ähm... Und, äh... Auf der anderen Seite, klar, äh... Vanya hat... Die hat mitgenommen und alles mögliche, aber das ist halt die ganze Umgebung, wo all das Trauma stattgefunden hat, was Vanya hat. Ja, das ist halt, ne? Dementsprechend ist das so... Hm... Und jetzt? Was jetzt? Und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, ähm... Zumindest in meinem Headspace, in meinem Headcan, mit meiner Version von Vanya ist es so, ähm, dass they... äh... definitiv ne Heck geworden sind. Mhm. Äh... aber eher Jagd gemacht haben... Also, Yaga hat ja quasi auf Gier geprayt, auf Greed. Ja. Und Vanya wird auf, äh... Predators prayen. Uh, ja. Die auf Unschuld und, äh... Eigensinn, äh... aus sind. Und, äh, da dann, äh, wird reingemixed halt ihre Erfahrungen mit der wilden Jagd. Mhm. Ähm... Und dann quasi wie bei Left 4 Dead. Ich weiß nicht, kennst du die Witch in Left 4 Dead? Das kleine weinende Mädchen in der Ecke? Ja, 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 ja. Definitiv. Stell dir vor so ne dunkle Gasse irgendwo in so nem Industriegebiet und dann kommt halt einer rum, der auf der Suche ist nach irgendeinem leichten Opfer und hört so ein Wein in der Ecke und dann so, was ist los? Kleines Ding. Und dann... Hier! Und dann Attack! So, also, ja, das ist es dann geworden, zumindest. Und, äh, ja, die, die anderen Foundlings haben Vanya so als Group Parent deklärt. Bedeutet, Vanya kriegt die ganzen kaputten Kinder von allen Ecken und Enden. So nach dem Motto, hier, fix it! Fix es, äh... 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 Au! Ja. Das ist irgendwie sehr, sehr, sehr niedlich, dass man ja da so als Group Parent, äh, mittlerweile... Für dick... Zumindest bei uns. Deklariert wurde, ja. 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 Das ist sehr knuffig. Da muss ich demnächst auch noch mal ein paar Bilder malen. Aber da warte ich im Moment auf, äh, die Bilder, because... References! Use your references, people! Ja, das war, das war auch sowas, ich wollte für ganz viele Larps, auf denen ich war, Bilder malen, aber weil die Fotos so lange gebraucht haben, dann geht irgendwann so dieser Hype weg. Ich, wir hoffen halt, dass die relativ schnell dann jetzt irgendwann im Dezember dann kommen. Aber wir wollen Jessie halt auch nicht hetzen. Nein, auf keinen Fall. Das Gute ist, bei mir wird der Hype nicht weggehen und das, das, das Gute in dem Fall ist, ich krieg die Bilder nicht aus dem Kopf. Da drin bleiben, bis ich sie auch in irgendeiner Art und Weise aufs Papier gebracht habe. Ja. Also ich hab sowohl, ich hab zu Anfang schon tatsächlich eine Skizze gemacht, nämlich, äh, also Liko hat ja, äh, hat ja mich gegroomt ohne Ende. Also, von vorne bis hinten hast du nicht gesehen und es gab dieses wunderschöne Gespräch am, äh, Abend des ersten Spieltages, wo, äh, Liko Bagnard beiseite genommen hat und offentlich saß da auch noch irgendwo rum und meinte, ähm, ähm, well, what are you willing to sacrifice to gain your freedom? Dann haben wir so ein, so ein Bargaining-Gespräch gehabt, wo ich halt angefangen hab mit, well, äh, ja wahrscheinlich schulde ich dir einen Gefallen. Und Liko so, ach, Gefallen, komplett nicht gefallen. Und ich so, okay, du kannst, äh, die, die Seele meines, meines Vaters haben. Der so, äh, das ist schon wärmer. Und dann ich irgendwann so, ja gut, okay, pass auf, wenn, wenn ich meine Freiheit wirklich, also, wenn das eine Möglichkeit ist, dann bin ich auch bereit dafür, meine, meine Humanity hinzugeben. Und dann war Liko so, ah, jetzt, jetzt reden wir. Now we're talking, äh. Genau, und das hab ich halt quasi in so ne, in so ne Bleistiftzeichnung im Moment gebannt. Aber ich hab, ähm, Liko halt nicht mehr gut im, in Erinnerung. Deswegen ist da im Moment nur so ne grobe Silhouette, die dann halt noch auf Details wartet und... Ansonsten hab ich halt noch so ein, da weiß ich aber nicht, ob ich den Stil hinbekomme. Ich will eigentlich nur so ein, so ein Lineart, so ne Lineart-Zeichnung machen. Im, im Stil von so Black and White-Tattoos quasi. Mhm. Ähm. So, 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 und das, das Bild heißt in meinem Kopf The New Hack. Ähm. Ja. Mit viel Blut und Gore und in der einen Hand ein Herz und in der anderen Hand, die schwarz angelaufen ist, halt die Wuthering Barge. Ähm. Weil ich die halt so lange mit mir rumgeschleppt hab und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, die Bilder gehen nicht weg. Ich brauch nur References. Aber das ist natürlich auch awesome. I drew shoes. That's what we did today, we drew shoes. Gutes shoes. Gutes shoes. Gutes shoes. Gutes shoes. Mh. Ich find' ich die ganze Zeit, was ich oben bei mir in den Stern packen soll. Ich kann ja mal in Zwischenstand schicken von dem, wie es bei mir gerade aussieht. Mhm. Sollte die nicht alle nach oben kippen? Äh. 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 Was ist da? Was ist da? Und siek? Mh. Ich bin da über den Ding, was packe ich oben in den Stern rein. Mh. 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 haber. Mh. 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 Schuhe sind ja auch wichtig. Yes, yes. Das ist ja jetzt auch erstmal nur... ...Sketchling. Ich hasse... ...dreidimensional. Also diesen Schuh, der nach vorne zeigt. Ich bin tatsächlich relativ stolz darauf. Ich hasse das eigentlich. Schuhe, die so nach vorne gekippt sind. Der Horror. Ich krieg 10.000 Nachrichten auf WhatsApp. Was ist heute nur los? Die Leute hört auf zu spenden. So, äh... Genau, ich wollte Hose. Habe ich dafür irgendeine Referenz? Wahrscheinlich nicht. Hm... Vielleicht kann ich von hier aus anfangen und dann mal gucken, wo mich Pinterest hin schleppt. Gebe ich jetzt einfach Pansref ein und gucke mal, was passiert. Ja. Das funktioniert manchmal tatsächlich erstaunlich gut. Hm. PansArt Reference. Let's see. Ja, da kommen wir schon langsam in die richtige Richtung. Ich hätte halt gerne eine Hose, die in den Schuhen steckt. Aber hier sind schon ein paar ganz gute Posen. Wo ich mir den Falten... Weil ich hasse Falten. Also ich weiß ungefähr, wo sie hingehen. Weil ich inzwischen genug Hosen in meinem Leben gemalt habe, dass das... nicht mehr so sehr das Problem ist. Aber manchmal, ne? Ja. Manchmal hassen mich... Proportionen einfach. Manchmal hassen die Hose, sag es doch. Ja, das ist... Andere Leute hassen Hosen. Dich hassen Hosen. Yes. Ich speicher mir die einfach mal alle hier. Ich finde das sind sehr schöne Referenzen. Nein, ich hab kein Problem. Haha! Ich hab ne Referenz gefunden, wo jemand gemalt hat, wie jemand mit der Schere in der einen Hand. Weil der anderen Hand in den kleinen Finger schneidet. Und ich so, warum bloß? Ich weiß, welches Referenzbild du meinst. Das ist auch in meinem Handreferenzbild. Jetzt tut mir meine Hand weh. Das ist nicht mehr explizit. Aber ich krieg davon Instance, da zieht sich bei mir alles zusammen. Da ist dann so, warum? Ungern. Ungern. Weg damit. Ich weiß, was oben reinkommt. Habe ich bisher vergessen. Ja, meine Feder ist noch nirgendwo dabei. Oh, true. Schäme Feder. Schäme. 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 Ding, ding, ding. Nein! Stop it! No. So. So. I need like a punker with boots. Come on. I need people in punker boots. Who have like their pants stuffed in their, in their, in their boots. Und wenn du dann eingibst, pants stuffed in boots. Das sind dann so Momente, wo du dir denkst, wo bin ich hier? Was tue ich hier eigentlich? Ich will doch keine Anzughosen. Och, komm schon. Give me what I want. Ah, da. Ha! Perfekt. I found exactly what I need. Hooray, Pinterest. Thank you. Oh, sogar die richtige Perspektive. We have been given a gift. Nice. Nice. Der hat meine Hose an. Reden wir nicht drüber, jetzt fein. Das ist meine Hose, die ich gerade anhab. Aha. Die Welt ist zu klein. Es gibt nur so viele Hosen, die fabriziert werden können. So. Mal ich das jetzt auf eine andere Ebene, weil ich Angst hab? Ja. I've been burned before. Ähm. Ähm. Oh. Oh. Das muss noch ein Tag noch höher. Ähm. Oh. muito. Oh. 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 Ich muss glaube ich erstmal die groben Formen. Äh, dann wird praktisch hier so und dann... Oh, oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss kochen heute. Ich hab gar keinen Bock. Kenn ich. Ich weiß auch gar nicht was. Manchmal. So. So, um... 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 und dementsprechend wünsche ich euch noch einen wunderschönen ja wie gesagt rest mittwoch einen wunderschönen rest der woche vielleicht sieht man sich sonntag und genau und wir drei feder und eventuell ich weiß nicht ob der zugrunde ich glaube heute heute nicht und vielleicht auch chris wenn morgen irgendwelches sehen uns alle morgen für sea of thieves because the new season is happening people klingt gut und dann gucken wir mal ob wir eine gallion voll kriegen oder zwei oder vier jeder eine flotte das wäre schon irgendwie geil wir müssen wir auf demselben server schaffen würden mit ein bad anleitung gut dann wie gesagt bei bei liebe people bei bei